Das ist ein Wahnsinns... ...Bürgerinnen und Bürger in Bayern, weil ohne die Unterstützung, ohne die finanzielle Hilfe, ohne dass ihr da draußen Geld in die Hand nehmt und der Stiftung das anvertraut, da wäre unsere Arbeit ja gar nicht möglich. Das Antenne Bayern Weihnachtswunder. Mit eurer Spende werden viele Kleine wunderbar. Jetzt Spenden unter der kostenlosen Hotline 0834-1000. Die Verträgen sind gebraht, und es wurden viel gelacht, und was siehst es so ein bisschen, wenn ich eine ganze Zeit umgekehrt habe. Den fünfmal in die Hütte, siehst du jetzt zuerst der ganzen Welt. Und die Bank des Hütten waren schon gut. Die Bank des Hütten sind vor einigen Jahren, dass sie die Schmerzen sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020